Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zum Vsb Dresdner Nachtlauf bei strahlendem Regenwetter. Aber wir wollen uns nicht beklagen. Die Läufer freuen sich bei idealen Bedingungen zu starten. Ihr könnt es kaum erwarten. Und es ist angerichtet. Es kann losgehen. Wenn ein Karl Bedendorf gesagt hat, ich komme nach Dresden und laufe noch den Nachtlauf mit, weil das ist mein Saison-Highlight. Leute, mehr Argumente gibt es nicht. Naja, so Brücke hoch hat man immer gar nicht so mitgekriegt. Erstmal wieder runtergerannt und es sagt man, das bin ich hochgerannt. Geil! Man läuft in die Stadt hinein, an der Elbe entlang. Klasse! Also war eine wirklich super Strecke. Wir haben die drei Schlösser besonders schön von der anderen Elbseite sehen können. Wir haben heute früh gedacht, wir müssen schwimmen, aber jetzt konnten wir doch super laufen. Geil! Also wunderschön! Heute haben wir gestorben, aber es war geil! 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 Geil!